So, okay, Freunde, ähm, das mit dem Livestream hatte ich so geklärt, schlechtere Verbindung, äh, Livestream wird in Österreich, hoffe, bei meiner Oma ist, äh, auch eine gute Verbindung, aber jetzt lasse ich das einfach als Upload hoch, das hat nicht so funktioniert. Geh ich mal hier rein, da oben, raucht es. Können die von Ruben sein? Können wir hier mal rein? Er muss hier vorbeigekommen sein, ja, er muss hier vorbeigekommen sein, wieso sollte es dann brennen? Boah, das ist so gut arminiert, das ist ja auch von Mojang, oder Mojang. Ja, Ruben hat das Feuer gelegt. Zu 99,9% hat Ruben das Feuer gelegt. Okay, das wird jetzt eine etwas längere Folge. Ruben ist da bestimmt nicht drin. Auf keinen Fall. Nein, das ist nicht Ruben. Nein, das ist er auch nicht. Ist das Ruben? Ja, Leute, Schwein, Schwein, Schwein außer Ruben. Was ist da? Wow, mein... Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Nein, nein... Nein, nicht Ruben. Nein... Und der Mond im Hintergrund. Eine Spinne. Und was ist es? Warum sind die Spinne eigentlich so groß? Oh, mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott. 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 Ich bin froh, dich zu sehen, Huben. Nein, das hört sich. Gott sei Dank nicht die kleinen Zombies, die sind echt viel, viel schneller. Puh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, ein Knieper, oh mein Gott, ich glaube, wer, oh no, ich bin nicht zur Seite gelaufen, bitte, oh nein, die Zombies, ich weiß ja, was passiert, ich tue nur so, und, bum, bum, zurück, los, bleib hinter mir gehoben, ich passe auf dich auf. Wow. Cool. Und, bum, weg mit dir, oh nein, nein, nein. Dummer Holzschwert stand da. Nein. Grunds, Grunds. Oh no. Ich weiß, das sieht über aus, ich lass mir was einfallen. Lauf, lenk sie an. Du, weg mit dir. Oh. Oh. Mein. Gott. Komm, lass uns von hier verschwinden. Vorsicht, wenn wir meinen Pfad mitnehmen. Sorry, dass ihr das, äh, den Anfang nicht gesehen habt, weil ich den, ähm, Dings jetzt gelöscht hab. Äh, da ist Wuben weggelaufen, weil da, wenn ich sowas mit Lave gebaut hab und der ist da, und dann haben sie ihn gesucht und der ist dann reingelaufen. Ja, und wir haben so ein Feuerwerk gebaut, man musste was bauen und da haben die was mit Lava gebaut, der ist Wuben reingelaufen und der ist jeweils weggerannt. Ja, genau. Jetzt sind wir hier. Was? 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 Die war auf keinen Fall im Nether. Nein, ich habe mein Leben dafür riskiert, was ich ausgetauscht für den Staub in alten Schädel. Ich treib... Nether. Ach, Nether. Schädel. Und was für ein Typ ist er? Die Art, dass harte Arbeit zu schätzen weiß. Wow. Wow, was? Du bist an einem Tag im Nether gegangen, hast ein Wilderskelett? Ich meine, ich habe eine echt coole Statue gebaut, aber trotzdem schon beeindruckt, oder? Weißt du, du könntest mit mir mitkommen. Ich bin dabei. Du willst, dass ich mit dir reise? Betrachte mich als guter Tag. Ich ziehe bla 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 bla. Meine Werkbank? Was? Sehr praktisch. Der Holzschwert kaputt gegangen ist? Du gibst mir ein neues? Besser, du kannst dir eins selbst bauen. Nimm dir einfach, was du brauchst. Oh, okay. Thanks. Danke. Hey, gehört das alles dir? Nein, den Tiefen. Die Typen. Bla bla bla. Die Typen gehört das. Ich wollte nur sicher gehen. Check Cards. So. Wie kann ich jetzt? Ah. Boom. Boom, und dann kommt Schwert. Cool. Komm, wir gehen weiter. Jetzt kommt das ja. Ja, ja. Ich wollte den Idioten nur ja, endlich schlagen. So. Vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht hast du recht. Ich meine ja nur, äh, 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 äh. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß jetzt, was kommt. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das sieht nicht gut aus. Wir springen, wir kämpfen, äh, 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 wir springen! Schnell! In Zusammenarbeit mit Mo... Mo... Minecraft-Story-Mode. Es beginnt es erst. Nein. Die armen Hühnchen. Und wer sich vor. Ja. Ich bin. Jetzt ist es schon nicht in der Tür. Was soll ich tun? Oh, okay. Sag einfach, er muss irgendwo sein. Ich hoffe, du hast recht. So, wenn wir es geschäft machen, musst du mir reden. Dann musst du mir das reden überlassen, okay? Ich halte meinen Mund. Na klar, ich überlasse dir. Petra. Ich muss zugeben, es... Oh, ja, das ist nicht die Maschine. Was? Ich habe das falsch angetippt. Das Ding. Face. Poker Face. Dunkel, es ist dunkel hier drin. Ich will auch mit. Deines Mann. Schleich dich nicht an Leute heran. Sei vorsichtig. Ich soll mit Petra hier treffen. Ich mit... Mein Würstchen? Keine Ahnung. Boah, ist der. Er wird es nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so gut. Entschuldigung. Das ist immer. Das ist Eivor. Bringen wir es hin zu uns. Das ist Lapis Lazuli. Oder, oder? Ich sehe ihn nirgendwo. Oh, wo ist eigentlich Ruben? Ruben, wo bist du? Ruben! Ich sehe ihn nirgendwo. Ich sehe ihn nirgendwo. Ich sehe ihn nicht. Also ich kenne die ganze Leveration also. Oh, das ist gut. Oh, sorry. Hey, du bist die falsche. Ruben. Ruben. Fri... Nein, nein, ich rufe. Nein! Ich sehe ihn nirgendwo. 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 Gut gemacht. Ich sehe ihn nirgendwo. 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 too." Dann bin ich direkt rein. wobei gott hat der probleme aber wie kann man das glas zerstören oh mein Gott Schleimblock genau oh 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 ich hab acht Schleimbeine oh 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 ich muss doch wissen wie die Schleimblock geht boot oh ein bisschen hoch und dann genau den Schleimblock treffen oh 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 cool oh 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 er darf nicht Spaß haben sagt er hm wo gehe ich hier denn hin oh kriege ich einfach mal fast alles überbraun ah 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 zu schwer und zu weiß ja goldschwerte gehen echt sehr schnell schnell kaputt das ist selbst dein schwert besser aber diamant schwert es am besten das ich gehe mal hier lang die das die Vielen Dank.